hallo leute willkommen zu einer spezial folge von porten und zwar spielen wir die testkammer 17 die nie veröffentlicht wurde als zufällig gerade gesehen dass das existiert und zwar testkammer 17 das ist glaube ich auch irgendwie von porten und wer noch weiß wie vor meinem portal let's play dass ich das da auch war also die testkammer 17 das war eine andere die habt ihr vielleicht auch gesehen beim portal let's play das ist jetzt ein extra ding und spiele ich jetzt und das ist jetzt quasi so ein extra video zwischendrin kommt testkammer 17 ich weiß nicht genau was mit der war aber das ist wie so die testkammer vom portal 1 mit den dingen nur mit ganz vielen blättern und so müssen wir wachsen das ist was uns bestellt video die märkte sind die märkte zu wissen aber das war geplant oder auch nicht ich weiß nicht weil es ist auch so ein alter Aufzug noch und dann haben sie auch komplett drin bewegen erster nicht schlecht also die anliegt das verwachsen die pottel zwei auch normalerweise so der fall ist und das auch das kommt wenn auch ein bisschen ein bisschen anders aber aber endlich ich erinnere mich an wer sich jetzt noch an die das kann man erinnern die haben wir auch schon mal gespielt und da habe ich vergessen hier in rein zu gehen kann man das hier mit portalen in dem fall aber man kann es ganz viele kameras und ganz viele dinge war wieder so dinge aber das würde ich in bottle 1 vergessen leider tut mir leid aber naja kann man das auch nicht so machen ich weiß nicht ich glaube es war irgendwie mal geplant ich weiß es nicht genau ich gehe kurz mal hoch und dann dann ist ja so ein baum in der mitte wir gehen mal hier drauf so gehen wir wieder so gehen wir mal auf die andere seite ok gut dann gehen wir wieder auf die andere seite so kann ich jetzt in portal 1 die test kommen in portal 2 style ich hoffe das video wird nicht ganz lang also sollte nicht lang werden das hat ein special video und das hier reingehen kann ich das noch mal jetzt jetzt kommt schon jetzt zum ersten teil habe ich irgendwo voll verpasst gehen wir hier auch direkt durch ich muss noch mal den coolen Raum an weil wir hier reden, dafür waren wir nicht drin oh mein Gott, was ist denn das? hey, kannst du die Kamera aus? okay, ich dachte, die waren fest können wir sogar aufheben ah, die habe ich jetzt eingesperrt da raus so, dann gehen wir jetzt hier vor um die Ecke hier und dann schicken wir da ein Portal so also sitzen hier auch noch die alten Fliegelinger so, ich weiß nicht, ob das wirklich implementiert werden sollte ich bin nicht sicher auf jeden Fall es ist halt von jemand anderem ein Remake hier okay ah, gut läuft da oben komm schon ach so oh shit ganz schön schlau in die falsche richtung so es rinnt echt stark an portland vor allem oben sind offen aber halt das ist halt alles ein boden zweist ein bisschen gehalten ist das ja alles so ein bisschen es war jetzt nicht richtig und ist auch richtig aber ich dachte das ist genau das geht nicht So, jetzt haben wir also geschafft, jetzt gehen wir einfach wieder hoch, gehen wir mit, und stampen über die drei coolen Plattformen, und dann hier hin, so. Auch immer so überall so schön Blätter und so, und die haben dann so klar, dass man sagt, so, ja, dass man Stärke nicht erhalten, und hier so, ah, das ist das hier so ein Countdown-Ding, also so, ah, sogar oben mit so ein bisschen Licht, cool, und da drücken wir hier so drauf, und dann legt das, das funktioniert auch noch alles schön. Ah, okay, dann geht die auch, ja. Ansonsten, so, da, boah, eins war das ja auch immer, ach, das sind die Gang, ja, das ist ein Grund, das ist nur, ne, so ein bisschen, aber man sieht, das ist echt nicht schlecht, ne, also weil es nur kleines, extra vieles gibt, kann man mal zehn Minuten, also, ist uns special. Und dann, und dann, und dann sehen wir uns dernächst, und ciao.